Das Bungalows Las Vegas Golf liegt in Maspalomons in Gran Canaria. 50% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. 192 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Sport und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,2 von 6 Sonnen. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4 von 6 Sonnen. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4 von 6 Sonnen vergeben. Lage und Umgebung Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,4 von 6 Sonnen. Gastronomie Die meisten Gäste sind zufrieden mit der Küche des Hauses, wünschen sich aber an einigen Stellenverbesserungen. Die Wertung für die Gastronomie lautet 3,1 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.